Der Kerl da wurde gerade hier im Polizeigriff abgeführt und sobald die Polizei mit ihm hinter dem Auto war, wurde der Polizeigriff gelöst. Also ganz offensichtlich war das ein gezielter Fahrmann der Polizei, der unter die Demochtranten geschickt wurde, um Unrehe zu stiften. Jetzt wurde da neue Absprache getroffen mit dem Nike-Bänkchen und jetzt marschiert hier eine neue Hundertschaft auf, die der Fahrmann bekommt neue Instruktionen. Wird vermutlich dann gleich wieder gezielt in die Masse gehen, um Unruhe zu stiften, um dann wieder einen Grund zu haben, mal einzugreifen. Jetzt wird sich wieder ein Läuf vermummt.